hallo leute und willkommen zu einem neuen vlog ja hier sieht man mal noch mal von unten ein bisschen da in grottamare wo wir an den strand gehen hier einmal die zugstrecke und natürlich weiter hinten ich zoome ein bisschen hin noch andere häuser sehr idyllisch und natürlich auch sehr alt hier noch eine kleine baustelle und hier noch der bahnhof hier bin jetzt auch noch einen kleinen ausschnitt hier der strand und hier ein weg mit natürlich palmen fahren auch viele fahrräder die bänke zum hinsitzen und auch alles drum und dran schöne häuser hier auch da oben sieht man auch häuser also echt super traumhaft